Wenn bei Sanktionen gegen China Millionen Arbeitsplätze im Westen verloren gehen, sind wir doch die wirtschaftlichen Folgen für China viel dramatischer, oder? 50 Prozent der Exporte gehen auch in den Westen. Wahrscheinlich schon. Aber der Punkt ist, wenn es denen weh tut, tut es halt trotzdem unseren Wählern weh. Und ich weiß nicht, ob Biden die Wahl gewinnen kann, indem er den Arbeitslosen sagt, aber in China sind dafür jetzt 100 Millionen arbeitslos. Denen haben wir es gezeigt. Trump wird ihnen versprechen, dass er sie alle wieder in Arbeit bringt, weil er die Industrie zurückholt. Trump kann ihnen versprechen, was er will. Das ist ja auch der Vorteil, in der Opposition zu sein. Man kann immer versprechen. Biden ist derjenige, der verantwortlich ist für die 5, für die 10 Millionen, die arbeitslos geworden sind. Der muss denen erklären, es war wert, dass ihr arbeitslos seid, weil es den Chinesen noch mehr wert tut. Und es tut mir leid, wenn ich nicht an Geopolitik interessiert bin, wenn ich der einfache Arbeiter, der Handwerker, der in der Stahlfabrik, im Automobil geschraubt hat, dann interessiere ich mich vielleicht nicht für Geopolitik. Und vor allem interessiere ich mich nicht für Geopolitik, wenn ich mein Haus nicht mehr bezahlen kann, die Raten meines Hauses nicht mehr bezahlen kann. Und die machen ja in Amerika alles auf Raten, Auto, Haus, alles ist auf Raten. Wenn sie mir mein Auto wegnehmen, ich in eine Mietwohnung umziehen muss, weil ich das Haus nicht mehr bezahlen kann, dann tröstet mich das wenig, dass in China doppelt so viele arbeitslos sind. Dann wähle ich trotzdem den, der mir verspricht, dass ich wieder einen Job bekomme. Also würde das den Chinesen wehtun? Unzweifelhaft. Würde es ihnen mehr wert tun als uns? Vielleicht auch. Aber das wird unseren Demokratien nicht helfen. Denn die werden trotzdem abgewählt. Und das ist halt, ich glaube, dass der Schnitt kommen muss. Und je früher er kommt, desto schmerzloser ist er wahrscheinlich. Aber das ändert nichts daran, dass die Demokratien, die Wähler ihre Regierung daran messen werden. Und erneut. Versetzen Sie sich in die Lage. Werden Sie deswegen für beiden wählen, der sie arbeitslos gemacht hat, wo sie Haus und Auto verlieren? Weil es den Chinesen noch schlimmer geht? Oder wählen Sie Trump, der ihnen verspricht, dass sie wieder einen Job bekommen? Wenn wir ehrlich sind, wissen wir alle, wen wir in der Situation wählen würden. Wenn Ihnen das Video gefallen hat, dann schauen Sie doch mal vorbei auf dem Hauptkanal, wo es ursprünglich erschienen ist. Militär und Geschichte mit Thorsten Heinrich. Den Link dazu finden Sie hier in der Beschreibung.